Im letzten Jahrhundert ist unser Lebensstandard enorm gestiegen. Wir haben ein höheres Einkommen, wir sind besser ausgebildet, wir wohnen komfortabler, wir sind gesünder, wir sind mobiler und noch etwas dazu genommen. Die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre. Und zwar so stark, dass sich die Temperatur auf unserer Erde um mindestens 2 Grad erhöhen wird. Das klingt nach nicht viel, kann jedoch unsere gesamte Lebensgrundlage gefährden. Aber wir sind nicht machtlos, wir leben in einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Es liegt an jedem von uns, dieses Wissen zu nutzen, um die 2-Grad-Marke nicht zu überschreiten und damit die schlimmsten Klimakatastrophen abzuwenden. Zum Beispiel, indem wir uns fragen, was eigentlich eine umweltfreundliche Herstellung von Produkten ausmacht. Betrachten wir etwa diesen Kugelschreiber. Manche Hersteller denken, es würde reichen, das Produkt grün einzufärben, um es als grün zu verkaufen. Andere wiederum kaufen Umweltzertifikate, um das entstandene CO2 zu kompensieren. Und tun sonst nichts. Aber bringt uns das dem Ziel näher, 2050 eine CO2-freie Gesellschaft zu erreichen? Wir müssen weiterdenken. Dieser Stempel von Trodat zum Beispiel, der Original Printy 4.0, ist im Vergleich zu seinem Vorgängermodell um 30% kleiner und deutlich leichter. Schon beim Design eines Produktes kann also CO2 vermieden werden. In einem zweiten Schritt verwendet Trodat für die Produktion dieses Stempels bis zu 65% Post-Consumer-Recycling-Kunststoff, der aus Kunststoffabfällen von Endverbrauchern gewonnen wird. Verantwortungsvolle Unternehmen sehen die CO2-Reduzierung ganzheitlich. Trodat verkleinert Jahr für Jahr seinen CO2-Fußabdruck durch die Verwendung von 100% Ökostrom. Durch Wärmerückgewinnung der Produktion werden Büros geheizt und Maschinen werden durch Außenluft gekühlt. Erst im letzten Schritt kompensiert Trodat die unvermeidbaren CO2-Emissionen durch Investitionen in vom WWF empfohlene Gold-Standard-Klimaschutzprojekte. Wo sonst vielleicht ein Kohlekraftwerk entstanden wäre, wird dann erneuerbare Energie gewonnen. Und anstatt nur bei einer Produktlinie vorbildlich zu sein, verpflichtet Trodat sein Kerngeschäft dem Umwelt- und Klimaschutz. Ab 2013 bieten daher fast zwei Drittel aller von Trodat verkauften Stempel serienmäßiger Klimaneutralität, um so den positiven Effekt für unsere Umwelt und unser Klima zu maximieren. Trodat – immer ein Original.